Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mit Melchior Neumann. Hallo und herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, einen Buchherausgeber, und zwar Raphael. Herzlich willkommen Raphael. Hallo Melchior, ich grüße dich. Erste Frage, das ist ein Lehrbuch für all diejenigen, die es interessiert, oder es wird ein Lehrbuch zum Thema Fight. Was ich mich immer gefragt habe, was gar nicht so das Kern unseres heutigen Gesprächs wird, aber du bist Herausgeber. Das heißt, du musstest, ich lese gerade ein, zwei, drei, vier, sechs, sieben Autoren irgendwie zusammenbringen. Und ich habe mich früher immer gefragt, gerade in der Ausbildung zum Steuerverhandelstelle, dann gibt es einen Prüfungscoach und da schreiben immer ganz viele Leute mit. Du bist denn der, der das irgendwie alles orchestrieren muss, das alles Probe lesen muss, das inhaltlich checken muss? Oder wie genau kann ich mir das vorstellen? Oder teilt man Kapitel auf oder schreiben zwei denn eins? Das habe ich mich früher schon immer gefragt und du kannst es mir endlich beantworten. Ja, ich versuche es. Also eher gesagt, die Frage habe ich mir bis jetzt nie gestellt, weil das Thema Gutschreiben auch nie auf meiner Bucketlist stand. Aber manchmal ist es ja so, man kommt wie die Jungfrau zum Kind. Ja, also ich bin in dieser Herausgeber-Olle im Rahmen dieses Buchprojektes auch so ein bisschen reingerutscht. Das kann man vielleicht vorwegnehmen, das hat etwas länger gedauert, bis wir jetzt schlussendlich tatsächlich die Veröffentlichung jetzt im Laufe des Novembers jetzt anstreben. Oder dir sehr wohlwollend entgegensehen. Und ja, richtig, da waren relativ viele Autoren mit dabei, aber da kann ich mich sehr glücklich schätzen. Ich bin nicht der einzige Herausgeber, sondern es gibt auch den Daniel Kälberer, der das mit mir zusammen macht. Das heißt, wir konnten uns im Prinzip genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das Koordinieren und das Lesen und das Abstimmen mit den beteiligten Autoren dann tatsächlich auf vier Schultern verteilen, statt nur auf zwei. Aber das ist dann tatsächlich Kern der Aufgabe, weil ich habe mich früher immer gefragt, teilt man das einfach auf und kriegt denn das noch mit, was der andere schreibt? Oder ist das jeder isoliert für sich? Weil irgendwie muss man auch dafür sorgen, dass jetzt nicht dreimal das Gleiche drinsteht, wenn drei Autoren parallel zu ähnlichen Themen schreiben irgendwie. Korrekt. Und das muss man auch bei dem Kontext sagen. Also das war am Ende schon, es ist schon ein bisschen prüsselt, ne? Weil wir haben im Ende, man fängt natürlich an, viele kennen das wahrscheinlich aus dem Studium, bevor man anschaut, braucht man ja eine Gliederung. Und diese Gliederung hält dann natürlich ganz stabil auch immer bis zum letzten Satz aus. Also so war es bei mir zumindest in der Regel nicht. Und so ist das auch. Das nimmt natürlich so eine gewisse Dynamik, ne? Und am Ende kommt was dabei raus. Und ja, irgendwie gibt es da ein, zwei Leute, die müssen dann gucken, wie das alles zusammenpasst. Was man nicht machen muss, und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Riesenvorteil, wenn man mir jetzt einen guten Verlag auf ausgestattet ist, ist dieses ganze Thema Layout und Satz und fertig machen, dass wenn jemand auf Drucken drückt, dass das dann auch genauso aussieht, wie soll. Das ist nicht die Aufgabe, sondern wir müssen quasi Manuskripte erstellen, die zusammenstellen, die dann auch prüfen und irgendwie Verweise richtig setzen und all diese Themen. Aber das hübsch machen, das machen dann Leute, die das tatsächlich sehr professionell beherrschen. Das war, in meiner Uni-Zeit war das dann, was ich vollkommen übermüdet morgens um halb vier noch gemacht habe und natürlich nur Fehler reingebastelt habe, weil ich, ja, aber da war die gedankliche Arbeit halt nicht mehr drin. Das war dann nur noch das Editieren, was dann aber zehnmal so lange gedauert hat, wie ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass es dauert. Aber genau, wir wollen natürlich jetzt nicht in erster Linie darüber reden, wie so ein Buch entsteht. Das war ich jetzt ähnlicherweise nur neugierig. Was ganz spannend ist, du hast jetzt Herausgeber für das Buch zum PIDE, also Fachassistent für Digitalisierung und IT-Prozesse. Ich habe aber gehört und auch in unserer Vorbesprechung hast du es mir erzählt, du hast früher in Clubs in Hamburg aufgelegt und in Kiel. Das heißt, wie wird man denn vom DJ zum PIDE-Experten? Das klingt jetzt nicht ganz naheliegend. War das, weil du nach dem Auflegen die Buchhaltung für den Club erledigen musstest? Wie bist du bei der Buchhaltung, bei Steuern und Digitalisierung gelandet? Zum einen bin ich jetzt mal ganz dankbar, dass du sozusagen dieses Thema aufbringst, weil diese Brücke zu bauen ist in der Tat immer nicht so einfach. Vielleicht insofern, die Rahmenbedingungen für das Führen einer ordnungsgemäßen Barkasse habe ich zwar im Laufe der Tätigkeit gelernt, als ich als DJ und auch als Clubinhaber tatsächlich aktiv war. Das hatte aber jetzt wirklich die reine unternehmerische Perspektive. Damals hatte ich mit dem ganzen Thema Steuern so gut wie gar nichts zu tun. Ich bin gebürtiger Hamburger und habe da sehr früh angefangen, damals im Bereich Hip-Hop-Musik aufzulegen. Bin ich dann durch das Abitur und Abifur-Finanzierungspartys dazu gekommen, dass man halt auch irgendwie mal eine Location sucht und auflegt. Und tatsächlich war es so, dass ich dann in Hamburg auf dem Kiez, im Kult-Club, so wie es es damals, eine Abi-Party gemacht habe. Und dann sagte der Besitzer, Mensch, das hat ganz gut geklappt, was du hier aufgelegt hast, hast du nicht Lust, nächste Woche wieder zu kaufen. So, so habe ich dann mein erstes Booking bekommen aus der Hamburger Reeperbahn. Und naja, das hat sich dann tatsächlich so lange durchgezogen, jetzt nicht in dem Club und auch nur auf der Reeperbahn. Aber ich habe aufgehört, kann man schon sagen, mit 33, als meine Töchter zur Welt gekommen ist. Also ich habe das wirklich sehr, sehr lange Zeit sehr aktiv gemacht. In der Spitze waren wir es tatsächlich 16 Mal im Monat. Boah, das ist ja Vollzeit oder nicht. Also ich meine, ich stelle mir das immer, also nachts arbeiten, ist ja dann auch immer schwierig. Es kann mir vorstellen, dass das mit Kindern dann irgendwann auch unmöglich wird. Das habe ich dann nachher nicht mehr ausprobiert, weil ich schon gedacht habe, das wird nicht klappen. Aber in meinen 20ern, also ich bin jetzt 42, werde jetzt 43. Also in meinen 20ern habe ich tatsächlich sehr an dem Teil des Unternehmertums gearbeitet, wo man eher am Kunden direkt war, wo ich mir Konzepte überlegt habe, wo ich mir technische Konzepte auch für Veranstaltungen und sowas überlegt habe, wo ich selber aufgelegt habe, diese ganze Netzwerkgeschichte betrieben habe. Wir haben damals angefangen, dann etwas professionalisierter, größere Uni-Partys in Kiel zu machen. Das waren halt dann auf einmal Veranstaltungen, die so zwischen zweieinhalb und fünf, sechstausend Menschen beherbergt haben. Und da hast du von der Garderobe über die Gastronomie bis hin zur Sicherheit, über Vermarktung und alles, das ist halt echt ein ziemlich umfangreiches Thema. Geschäftspartner kennengelernt, am Ende haben wir dann auch für größere Spirituosen-Marken in Norddeutschland dann so Tourkonzepte gemacht, Brand-Events und sowas. Also da habe ich mich richtig ausgetobt, ne? Das hat Spaß gemacht. Hab dann in dem Zuge... Bei einer Jugend also. Genau, genau. Hab dann in dem Zuge aber auch dann, weil es halt schon unternehmerisch war, auch gemerkt, läuft nicht immer alles total rund. Ja, dann gab es auch mal den ersten Konflikt in meinem Gesellschafterkreis und im Rahmen dieses Konfliktes habe ich dann festgestellt, vorweg glaube ich, ich bin da sehr glücklich rausgekommen, aber ich habe festgestellt, es ist irgendwie doch ein bisschen naiv, ehrlich gesagt, wenn man sich für all das, was quasi auf der anderen Seite der Administration, im Backoffice, im Finanzbereich funktioniert, wenn man sich nur auf andere verlässt in dem Bereich, boah, das ging nicht jetzt für mich an allen Ecken gut aus. Und da habe ich gesagt, das geht nicht, ne? Und ich habe dann, als ich mich dann da so ein bisschen rausgefasst habe aus dem Thema sehr selbstbestimmt, weil irgendwann reicht es dann mal, bin ich dann über einen Freund, der mich durch diesen Prozess so ein bisschen begleitet hat, habe ich so die Chance gehabt oder ich wurde gefragt, ob ich in so einer Sanierungsgeschichte mitwirken möchte. Das war Kleinstunternehmen, die deutschlandweit mehr als 100 Unternehmen aus der Insolvenz übernommen haben und in so einer Fremdgeschäftsführung fortgeführt haben. Ja. Und mein Kumpel in Kiel war halt Geschäftsführer von über 100 Unternehmen. So, und das war von einer Landfleischerei über eine Autowerkstatt, über ein Reiseunternehmen, Logistikbetriebe, also alles, was man so im kleinen Arm sich so vorstellen kann. Und ich habe halt sehr früh, wurde ich mit sehr chaotischen Buchhaltungen konfrontiert. Ich wollte gerade sagen, da bist du ja von dem einen Chaosfall, sorry, vielleicht ein bisschen Vorurteil, ich weiß nicht, wie eure Buchhaltung war, aber das Vorurteil, das macht mir so entgegen, wenn ich Gastronomie und Party und Nachtszene höre, zum anderen Chaosfall gekommen. Also begonnen habe ich für eine Inbidienverwaltung, da wurde mir eine Access-Datenbank vorgesetzt, um Geschäftsvorfälle zu erfassen. Und da habe ich schon gedacht, okay, ich mache das erst mal. Und da wurde quasi wirklich so die Feder diktiert, auf welchen Knopf ich sie zu drücken habe. Und dann fange ich mal an. Aber irgendwann merkte ich, so kann es eigentlich nicht sein. Weil man konnte alles ändern und so. Ich habe mich schon gewundert. Am Ende muss auch... Kannst du die UBD-konform? Nee, vielleicht nicht. Das war in der Zeit, da gab es die UBD tatsächlich noch nicht. Aber genau, das war sowieso so ein Gefühl, das kann auch nicht alles gewesen sein. Und ich habe dann tatsächlich ein BWL-Studium, dann auch meinen Fokus auf Steuern und Wirtschaftsprüfung nachher gelegt und habe dann relativ früh angefangen, für dieses Konstrukt, in dem ich da unterwegs war, dann so eine Kanzlei-Software einzuführen. Und wir haben, gut, bei so vielen Mandaten quasi, das muss vernünftig aufgesetzt sein. Und so bin ich da reingekommen. Und habe parallel, das war vielleicht noch ein Anrechtskurs, damals auch in einem Unternehmen gearbeitet, das damals schon so einen Shop für vegane Lebensart hatte. Das war wirklich noch 2007 bis 2010 oder so ähnlich. Als es noch nicht jeder in Prenzlauer Berg auch hatte. Genau. Der Innenrohrer hat zwar schon gesagt, Mensch, wir machen das jetzt, wir reiten die Welle jetzt so lange. Die haben auch so Großhandel betrieben und alles, was so dazugehört. Aber er hatte schon die Mutmaßung gesagt, irgendwann wird es das im Supermarkt geben. Also so richtig war er. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, der hat damals gesagt, ich brauche ein neues Shopsystem. Und der hat ein richtiges Lastenheft formuliert und hatte eine damals schon sehr fitte Steuerberaterin, die, und das war ja 2007, 2009, in dem Zeitgenster, 2010 war das, die hatte damals schon Köln und Berlin als Standort, digitales Dokumentenmanagement im Einsatz. Und die hat mir quasi digital vermittelt, wie man in dem Datensystem eine Buchhaltung macht. Ich habe dann nachher, weil es darum ging, für dieses Backend-System halt auch Datenflüsse zu definieren, ja, wie mal zum Beispiel Forderungen, die du erst per Lastschrift einziehen möchtest, wo dann die Lastschrift nachher platzt, dann geht sie zurück, dann entstehen Lastschriftgebühren, dann muss das auf einmal zu einer debitorischen Rechnung umgerechnet, umgeforscht oder ummodelliert werden, umgebucht werden. Und wir wollten das halt höchstmöglich automatisiert gestalten. Genau, also dein Job war es dann wirklich quasi bei, ich überspitze es jetzt ein bisschen, Entschuldigung, falls es jemals irgendjemand hört, der da vielleicht in den 100 Unternehmen aktiv war, aber es sind schon irgendwie so Wald und Wiesen, Chaos, Fälle, wie es ehrlicherweise ja auch ganz häufig so ist, da macht er mal die Ehefrau die Buchhaltung, auch wenn sie es nicht kann, aber das war halt diejenige, die Zeit hatte und nicht Nein sagen konnte. und jeder mit irgendwie, wie du sagst, mit jedem Tool der Welt wahrscheinlich irgendwie gesehen und dann musstest du dir da irgendwie einen Überblick verschaffen und irgendwie ein System reinbringen, weil wenn du für die gearbeitet hast, die diese Unternehmen übernommen haben, dann hattet ihr ja wahrscheinlich schon Interesse, dass das Geld, was da eingenommen wird, auch an der richtigen Stelle landet. Und wir mussten so früh wie möglich Effizienzpotenzial realisieren, weil alleine Chaos zu bewältigen, bringt weder viel Spaß, noch ist es sehr effektiv. Ja, doch nicht richtig mit der Zeit, die man da halt hin. Ja, kann man so sagen. Also bei diesem veganen Konzept ging es schon eher darum, wirklich optimierte Datenflüsse zu gestalten. Ja. Das klingt, wenn ich da heute drüber spreche, ich sag mal, da war ich deutlich versierter, als ich damals meine Rolle wahrgenommen habe. Also ich war damals wirklich in der Rolle, da war eine Steuerberaterin, die wusste, wie sollen und haben funktioniert. Ich habe verstanden, wie die Buchungsmaske in Daten funktionieren. Ja, okay, das hat hinauswirkungen. Und Plus und Minus gibt es ja nicht so häufig. Aber das ist das, was die Entwickler wiederum wissen wollten. Plus und Ur ist ein 0 und 1. Und ich musste da so ein bisschen diese Brücke bauen tatsächlich, um denen zu erklären, warum die bestimmte Programmierung umsetzen sollten, damit in dem System dann bestimmte Effekte passieren. Ja. Das hat für mich so ein bisschen die Grundlage gelegt, wo ich gemerkt habe, okay, Datenflüsse haben eine sehr, sehr hohe Auswirkung darauf, wie man eigentlich zwischen Systemen auf geschäftliche Abläufe gestalten kann. Ja, du hattest eben gesagt, das hat sich nicht so versiert und heroisch angefühlt in dem Moment. Ich glaube aber tatsächlich, faktisch ist es das auch rein praktisch ganz häufig. Das klingt immer, wenn man darüber spricht, über Datenflüsse und Digitalisierung und Automatisierung, das klingt immer schön, wenn man darüber redet und in der praktischen Arbeit ist es wahrscheinlich ziemlich genau das, sich irgendwie zu überlegen, wie muss in so eine CSV-Datei oder was auch immer strukturiert, API ist ein bisschen digitaler, aber letztendlich geht es ja ganz viel darum, zu gucken, wie muss denn da das formatiert werden, an welcher Stelle soll eigentlich ein Punkt und ein Komma stehen, damit das an der richtigen Stelle auf der anderen Seite rauskommt. Das ist ja, Arbeit an sich ist ja jetzt nicht, man fühlt sich währenddessen jetzt nicht wie der Überdigitalisierer, sondern eher wie sehr kleinteilige Fummelarbeit. Genau, die muss halt erledigt werden, weil wenn man die nicht macht, dann, und das ist ja das, was wir in der Realität und in der Praxis sehen, so entstehen ja Workarounds. Also wenn man eben nicht versucht, diese Probleme, die entstehen, im Datenaustausch irgendwie zu beheben, zumindest so zu beheben, dass sie an der richtigen Stelle korrigiert werden, damit man es zukünftig nicht mehr anfassen muss. Ja. Das ist das, was die Realität zeigt. Da wird halt nicht nachgefasst, sondern es kommt irgendwas raus und das wird dann im Zweifel irgendwie abgetippt, irgendwie unformatiert oder irgendeine Excel-Macro-Magic fängt an da zu wirken, um das irgendwie gerade zu biegen. Aber das ist jetzt nicht, wenn wir über medienbruchfreie Datenflüsse und Systemkonzepte reden. Und da müssen wir ja heute hin, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben die GOBD, die geben unsere Rahmenbedingungen vor, gerade wenn es um steuerrelevante Vorgänge geht. Das geht so eigentlich nicht. So wie wir es häufig machen, so ist es gemacht, so ist es auch erstmal irgendwie verständlich. Aber das ist nicht, wie das Zielbild eigentlich aussehen müsste. Ja, deswegen, das war da dein Job heute. Du sagst es ein bisschen, ein Blick in die Zukunft. Heute berätst du Kanzleien, aber vor allem auch Unternehmen, wie die das machen. Also ein bisschen größere Unternehmen als der Schlachter von nebenan. Genau. Mittlerweile ist es so, wir haben eine Beratungsgesellschaft. Wir sind jetzt 14 Menschen, wie man ja glaube ich heute sagt, die hier unter einem Dach, unter einem Brand arbeiten, WeForm heißen wir. und wir kooperieren mit Steuerkanzleien und ergänzen oder bieten zumindest an, dass wir so ein bisschen das Portfolio ergänzen. Also wir kümmern uns um das ganze Thema GOBD, Verfahrensdokumentation. Wir kümmern uns aber auch um das Erstellen integrierter Finanzplanung und auch das Aufbau von Kontrollensystemen, Dashboards oder ähnliches. Und umso größer tatsächlich die Kontexte werden, haben wir auch immer mehr so etwas wie Risiko und Compliance-Management-Systeme, die jetzt nachgefragt werden. Ja, selber so ein bisschen drauf ausrichten. Tess, ich habe den Eindruck, ich war vor zwei Wochen auf einer Mandantenveranstaltung von einer Kanzlei. Da ging es ja um die kommende E-Rechnungspflicht und ich hatte das Gefühl, da tut sich gerade sehr, sehr viel. In der Vergangenheit wurde Steuerberater oder die Steuerkanzlei ganz häufig angerufen bei steuerlichen Gestaltungen, bei der laufenden Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und so den ganzen Kram, den man halt so als Steuerberater macht, manchmal auch so bei Erbschaften, Schenkungen und so weiter. Und manchmal auch so bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, Finanzierungen und solchen Sachen. Was in meiner Wahrnehmung noch nicht so richtig häufig passiert ist bei technologischen Problemen. Und eigentlich leidet man als Kanzlei ganz häufig darunter. Wenn der Mandant irgendein Shop-System einführt und sich da mal eben schnell durchklickt und um es mal ganz platt zu sagen, als Amazon-Händler einfach mal überall die Haken setzt, damit man auch in allen EU-Ländern verkaufen kann. Weil es könnte ja sein, dass jemand aus Tschechien zufälligerweise, keine Ahnung, die Häkeldecke auch noch kaufen will. Und man gar nicht weiß, als Mandant, was das steuerliche Auswirkungen im Hintergrund und unter Umständen hat. Da wird der Steuerberater in der Vergangenheit zumindest sehr selten befragt, wie man das denn vernünftig macht. Ich habe aber das Gefühl, dass die E-Rechnung schon dazu führt, dass plötzlich in den Steuerkanzleien ganz viele IT-Fragen letztendlich irgendwie aufkreuzen. Und das sind ja genau das, was du eigentlich auch ansprichst. Das ist so, ihr ergänzt eigentlich das Portfolio, weil die meisten Steuerberater können da gar nicht weiterhelfen. Die wissen gar nicht, wie das Mandantensystem aussieht. Die wissen gar nicht, wie das Interface vom Mandanten aussieht. Also selbst in vielen Kanzleien bin ich immer überrascht, dass selbst die Steuerfachangestellten nicht wissen, wie Dativ-Unternehmen online von der Mandantenseite aussieht. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend, weil irgendwie, wer soll den Mandanten denn helfen, ihre Prozesse, ihre Software vernünftig im Griff zu haben, wenn nicht der Steuerberater. Und da denke ich mir häufig schon, da ist irgendwie eine Marktlücke. Aber offensichtlich ist sie gar nicht da, weil ihr seid ja schon da. Naja. Also, ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, über Kanzleien als solches zu sprechen. Es gibt schon welche, die seit vielen Jahren auch das Thema für sich sehr in den Fokus gerückt haben und die da auch schon sehr, sehr gut aufgestellt sind. Es gibt aber dann wiederum auch die Kehrseite, nämlich die, die noch komplett in der alten Welt unterwegs sind und darauf dran festhalten. Das geht so weit, dass wir schon mit Banken gesprochen haben, die so Kanzleiübernahmen und sowas begleitet haben, dass die sagen, das ist auch echt ein Wertindikator. Also, wenn du immer sehr analog arbeitest, das heißt ja auch, meine Mandantschaft ist noch sehr analog. Naja, das ist schon ein Faktor, der eher den Wert einer Kanzlei reduziert, wenn man die übernehmen möchte, weil damit einher ja auch geht, dass die Mitarbeitenden, die da sitzen und damit arbeiten, auch gar nicht gelernt haben, schon heute mit den modernen, digitalen Prozessen, die in der Steuerberatung haben, nicht Sinn umzugehen. Also, letztendlich genau, das ist ja ein Transformationsprozess und wenn man sieht, dass weder der Kanzleiinhaber noch die Mitarbeiter noch die Mandanten es gewohnt sind, dann auch ich als junger Mensch, der die Kanzlei übernimmt, sagt, okay, ob der Inhaber das jetzt kann, ist mir eigentlich egal, weil der geht ja raus, aber ich muss ja die Mandanten und die Mitarbeiter irgendwie mit in die Zukunft nehmen und davon dann auszugehen, dass sich das bei 100% der Mandanten und 100% der Mitarbeiter, dass mir das glückt, ist ja jetzt nicht unbedingt gegeben und ich kann mir gut vorstellen, dass Banken dann sagen, na, da gibt es ein gewisses Fluktuationsrisiko für den Umsatz und die Mitarbeiter und das ist dann gleich ein Preisdrücker für die Kanzlei. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil es ist halt ein Transformationsprozess, den muss man irgendwann durchlaufen und ich meine, Veränderungen führen immer dazu, dass es links oder rechts ein bisschen Schwung gibt. Genau, aber das Thema E-Rechnung mal aufzugreifen, also ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also wenn ich da jetzt mal prozessual drauf gucke, würde ich sagen, endlich gibt es jetzt eine gesetzliche Pflicht, die im Prinzip eine Zweigstigitalisierung nach sich zieht. Das muss man knallhart so sagen. Und die Motivation des Gesetzgebers dahinter ist ja auch das Steueraufkommen weiter zu sichern, gerade im Bereich der Umsatzsteuer. Das ist nicht die Motivation, die Unternehmen jetzt da hinzuführen, ihr müsst effizienter werden. Aber das ist wiederum natürlich dieses Thema, ja, wie mache ich jetzt aus der Pflicht irgendwie eine Tugend? Also wie kann ich möglichst möglichen Mehrwert ziehen? Das haben wir ja bei Verfahrensdokumentationen möglich, weil wir reden nur eine Potenzialdokumentation und sowas. Das ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber im Kern, ich meine, da steckt ganz viel Wahres drin, dass man mit der E-Rechnung, wir haben halt den großen Vorteil, wir können die Datenqualität ganz drastisch erhöhen, wenn die E-Rechnung wirklich in den Prozessen und in den Systemen angekommen ist. Das wird natürlich nicht zum 1.1.2025 passieren, also wir haben da ja wie immer Übergangsfristen und so, aber ich glaube schon, dass das ist jetzt ein ernstzunehmender Impuls. Im Vergleich zum Beispiel zu den GUBD seit 2014 oder wirksam seit 2015 ja, naja, so richtig so diese Verpflichtung zur Verfahrenserstellung oder zum, nein, haben einer Verfahrensdokumentation, das wird seither ein bisschen vorsichtig hergeschoben. So, theoretisch, aber, und das ist ja, es ist halt ein GUBD, es ist kein Gesetz als solches, aber auch da merken wir, dass es immer mehr anzieht. Also das Thema ist jetzt richtig in einem Compliance-Bereich gelandet, also umso größer die Unternehmen sind, umso mehr ist das Thema Verfahrensdokumentation nicht nur mehr auf der Agenda, sondern es ist zum Teil auch schon umgesetzt und die arbeiten jetzt in diesem Bereich, wie etabliere ich eigentlich ein Tax-Compliance-Management-System, also wie stelle ich sicher, dass ich diese ganzen steuerlichen Anforderungen auch wirklich berücksichtige und das ist ja, aber es kommt meistens von oben, von den großen Unternehmen rein, auch in den Mittelstand oder auch in die kleineren Unternehmen und da wirst du natürlich sagen, Steuerberater, Steuerkanzleien, die Mandantenbuchhaltung machen, das sind in der Regel etwas kleinere Unternehmen. Größere Unternehmen haben ihre Inhouse-Buchhaltung, da hast du dann eine Jahresabschlussprüfung oder du hast die Abschlusserstellung und du berätst mehr. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich auf dieser Ebene reden, wo wir etwas, ne, auch so die ganze Tool-Landschaft, die man so im Software-as-a-Service-Bereich findet, ne, das betrifft ja eher so den klassischen Mittelstand, vielleicht auch etwas kleineren Mittelstand. So, und da ist das bis jetzt noch nicht so richtig angekommen, aber da wird die E-Rechnung natürlich jetzt schon dazu führen, dass man sich damit auseinandersetzen muss und ja, bei den Steuerkanzleien werden natürlich Fragen landen, was heißt das denn jetzt eigentlich für mich? Wie gehe ich damit jetzt um? Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen beim Thema. Da sind wir so ein bisschen beim Thema, weil was ich ganz häufig höre in Bezug auf den Fight, um den Bogen zu spannen, wir müssen jetzt irgendwas mit Digitalisierung machen, wer will denn Fight machen? Dann sitzt da so eine Durchschnittskanzlei, wie die in Deutschland ist, keine Ahnung, zehn Mitarbeiter, 15 Mitarbeiter und einer muss mal der Digitalchef werden, der sich mit solchen Fragen dann auskennt und dann wird einer zum Fight geschickt. Der darf sich dann in Zukunft das Buch kaufen und die Prüfung ablegen. Ja. Kann der denn alles? Oder was kann der denn anschließend? Ja, also das ist, glaube ich, auch eine gute Frage und ich würde sagen, das wird sich auch entwickeln. Also erst mal, die ganze Ausbildung des Fight, die hat ja mehrere Facetten. Also wir haben einmal den ganzen regulatorischen Apparat. Also was heißt das eigentlich? Die Abgabenordnung, was wird da drin geregelt? Was ist die Relevanz der GOBD? Was hat das auch für eine Auswirkung tatsächlich auf die handelsrechtlichen und die steuerrechtlichen Normen? So, das ist ein so ein Teil. Also die Digitalisierung schreibt ja die Gesetze nicht neu, sondern wir haben eher dadurch, dass wir quasi nicht mehr den papierhaften Beleg haben, sondern einen digitalen Datensatz. Den müssen wir immer noch archivieren. Aber was heißt das denn jetzt eigentlich? Also das ist sozusagen ein Verständnis, das muss ein Mitarbeitender in einer Kanzlei irgendwie aufbauen. Dann haben wir das Thema Datenschutz. Das fällt da nämlich auch mit rein, weil wir haben ja auch irgendwie Umgang mit personenbezogenen Daten. Ein Feigemitarbeitender muss jetzt nicht Experte für Datenschutz sein, aber du hast eine gewisse Sensibilisierung, weil wir haben mit Daten zu tun und DSGVO ist halt auch ein großes Thema. Haben wir auch in dem Buch tatsächlich einen Abschnitt von einem Fachanwalt für Datenschutz, der da halt komplett drauf eingeht. Dann wird das ganze Thema IT-Systeme beleuchtet. Wie sind eigentlich so IT-Systemlandschaften aufgebaut? Was ist ein On-Premise-System? Was ist ein Cloud-System? Was sind Schnittstellen? Was sind auch Datenformate, die gängig sind? Also von den klassischen Datenschutz-Standardschrittstellen bis hin zu Bankschrittstellen. Dann gibt es einen Abschnitt, der macht das ganze Thema Kassenführung, weil das natürlich auch hochbelevant ist jetzt mit TSE-Sicherung und dann den Prüfungsaspekten natürlich mit da rein. Und dann der Teil, den ich hier in dem Buch mit zu verantworten habe, ist nämlich, was heißt das denn eigentlich für die Abläufe, für die Arbeitsabläufe in einer Steuerkanzlei und welche Auswirkungen hat das am Ende eigentlich auf die Zusammenarbeit zwischen der Steuerkanzlei und den digitalisierten Mandanten? Weil da gibt es ja immer so den Spruch, naja, die Buchhaltung fängt beim Mandanten an und nicht, wenn der Belegung irgendwo... Nicht in der grünen Welt erst, sondern... Nein, aber ich kriege das und natürlich, wenn ich das sage, dann meint natürlich nicht alle Kanzleien, das ist vollkommen klar, aber es gibt dann doch schon regelmäßig Kanzleien, die haben keinerlei Ahnung, mit welchen Systemen die Mandanten arbeiten. Und das finde ich schon, irgendwann darf man dann mal die Frage stellen zu sagen, naja, wie will man dann eigentlich sicherstellen, dass das, also dass der Gesamtprozess Buchhaltung oder, oder wie ich würde mal sagen, die ganzen deklaratorischen Pflichten von Rechnungsstellung oder Zeiterfassung oder Bestellaufnahme bis hin zu Veröffentlichung des Jahresabschlusses Bundesanzeiger, mehr oder weniger, dass das insgesamt vernünftig läuft. und da sehe ich schon bei einigen Kanzleien, da wird nur gedacht von, ich brauche die Daten genau so in meinem Format, in meinem Kanzlei-Rechnungswesen und dann kann ich damit arbeiten und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich auch nicht arbeiten. das ist so und ich glaube, da die Verantwortung, gar nicht so sehr auch Verantwortung, aber das zumindest mitzudenken und den Blick zu haben, dass es da halt schon auch Prozesse gibt auf Mandantenseite, die auch für, für, für die Arbeit in der Steuerkanzlei eigentlich wahnsinnig wichtig sind. Ja. Weil wenn vorne Mist passiert, dann hat man da hinten erheblich mehr Arbeit und andersrum, wenn es vorne gut ist und die Abstimmung, die Schnittstelle zum Mandanten eigentlich super gut funktioniert, dann hat man halt schon ein bisschen einfacheres Leben. Das heißt, das ist ein Thema, mit dem du dich auch sehr beschäftigst. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist eine Flut für Steuerkanzleien, also erstmal, ich habe ein durchaus Verständnis dafür, dass Steuerkanzleien diesen Fokus bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht darauf gelegt haben. Ich würde mir schon oder hätte mir schon gewünscht, dass deutlich mehr Steuerkanzleien viel früher damit angezahlt hätten. Ja. Einige haben das schon, weil, ich meine, wir haben ja auch schon seit vielen Jahren immer so Diskussionen über welche Auswirkungen wird die Automatisierung auf die Buchhaltung haben und dann nachher, welche Auswirkungen hat das auch auf das Geschäftsmodell einer Steuerkanzlei. Ja. Zum Beispiel das Honorar für das Erstellen einer Buchhaltung und für das Erstellen eines Jahresabschluss in Zukunft immer noch das gleiche wert, wenn man quasi vollautomatisierte Abläufe hat. So, das ist ja etwas, was man als Kanzleienhaber muss man sich diese Frage schon stellen, aber auch da, ich meine, das ist so ein bisschen, das habe ich schon häufiger erlebt, dann wird einem dann entgegengebracht, naja, es ist hier die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird, weil darüber wird seit vielen, ja, seit bestimmt über zehn Jahren mindestens, wenn ich noch länger, sehr aktiv gesprochen und bisher, was passiert, der Zulauf bei den Kanzleien wird immer größer, weil vier Unternehmen selbst festgestellt haben, also alleine funktioniert dieser ganze Zauber nicht, von wegen, ich mache jetzt nur meine Buchhaltung alleine, nein, ich lagere es lieber wieder aus, also eigentlich kommt genau die andere Wahrnehmung an. Ja. Ich frage, wird der Mann mit dem Hammer irgendwann mal kommen, na, und dann heißt es so, jetzt, jetzt ist aber Automatisierung, sehr der große Dativ Buchungsautomat funktioniert jetzt und auf einmal, ne, fliegen die Buchungssätze alle richtig kontiert auf der richtigen Kostenstelle in Echtzeit bei mir ins System, ja, was mache ich denn? So, und das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt, aber diesen Weg zu gestalten, weil in dem Bereich wird sich was verändern, wie drastisch, wie schnell, das kann irgendwie, glaube ich, keiner so hundertprozentig sagen, aber ich glaube, wenn man jetzt so sieht, was jetzt auch so eine Technologie wie ChatGPT, oder Technologie ist es nicht, aber so ein Programm wie ChatGPT mal eben so in kürzester Zeit für Impact erzeugt, also da sieht man schon, was möglich ist, ne? Und ich finde, also in einem komplett anderen Kontext, aber ich finde, das passt da so gut, es gibt diese Sprichworte, so die meisten Menschen unterschätzen oder überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in sieben Jahren schaffen und ich glaube, das ist auch bei diesem Prozess sehr, sehr ähnlich, dass man sagt, na, letztes Jahr war das ja genauso viel, aber wenn man ehrlich ist und sich das mal anguckt, wie haben wir vor sieben Jahren, vor zehn Jahren gearbeitet, ist das schon auch substanziell anders. Es sind halt viele kleine Schritte, die nimmt man dann halt nicht so direkt wahr, aber wenn man mal, wenn man heute mal sich selbst über die Schulter blicken würde, wie man vor fünf, sechs Jahren gearbeitet hat, würde man wahrscheinlich den Kopf über sich schütteln, weil da hat sich dann schon, glaube ich, eine ganze Menge getan. Richtig und deshalb sage ich auch mal, gerade die Steuerkanzleien oder die Mitarbeitenden in der Steuerberatung, die sind Wandel gewohnt. Man sagt ja immer so, ah, die sitzen, ich meine, in der Kanzlei, in der ich lange gearbeitet habe, da war eine Kollegin, die war seit über 30 Jahren, glaube ich, Zusammenführung der Sozietäten oder so war die dabei, die hat doch wirklich, also ich weiß nicht, ob sie das amerikanische Journal noch erlebt hat, das bringt mir nicht so Sinn mehr, aber die hat wirklich von, ich nehme eine Bilanz aus dem Vorjahr, mit Tippex mache ich die Zahlen weg und klippe das dann neu drauf und als ich die Kanzlei verlassen habe, saß die vor drei Monitoren und hat digital die Steuer bescheidigt. Ja, und das ist, ich habe eine ähnliche Geschichte in meiner Ausbildung vor zwölf Jahren, zehn Jahren so ungefähr in dem Zeitraum gewesen und da hatten wir eine Lohnbuchhalterin, die war relativ kurz vorm Ruhestand schon und die hat mir auch immer erzählt, wie sie früher in ihrer Ausbildung die Gehaltsabrechnung halt in so einem Lohnbuch erfasst hat und das Schlimmste, was passieren war, ist halt ein Schreibfehler, weil da musste man das komplett einmal sauber durchstreiten, um das dann nochmal neu zu schreiben. Das war gefühlt, haben sie gelernt, möglichst leserlich, akkurat, ohne Fehler zu schreiben, weil jeder kleine Schreibfehler musste gestrichen werden und neu und das sah man, da hätten halt auch das mal den Fehler gemacht. Und das fand ich auch schon faszinierend und habe gesagt, so Wahnsinn, das ist innerhalb eines Berufslebens, wurde auch da nicht nur so ein bisschen geändert, sondern ganz substanziell die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird, verändert und genau so substanziell wird sich das ja für die Leute ändern, die jetzt im Berufsleben gehen. Also die werden auch in 20 Jahren so anders arbeiten, dass die Azubis in 20 Jahren sich darüber lustig machen und die Geschichten erzählen, wie man 2024 gearbeitet hat. Genau. So, und ich glaube, der Fight bietet jetzt Mitarbeitenden in einer Kanzlei die Möglichkeit, einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Ja. Wie ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war das im Prinzip 2014, 2015, als ich in der Kanzlei begonnen habe. als Steuerassistent, eine Erstellung von Jahresabschlüssen, habe mehrere Buchhaltungsmandate koordiniert und habe sehr früh damals so klassische Unternehmen-Online-Beratungen eigentlich schon gemacht. Ja. Wie funktioniert das? Die Prozessaktivität damals auch schon auszubildenden erklärt, wie eine digitale Buchhaltung funktioniert. Ich habe da auch schon schnell festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man das fachliche Know-how mitbringt. Also du musst wissen, wie ein Buchungssatz funktioniert, weil ansonsten ist so ein digitaler Buchungssatz natürlich immer eine Einladung, einfach so die Doppelplus-Logik in Dativ einmal durchzutackern und am besten sogar vollautomatisiert zu verarbeiten. Aber wenn man nicht gelernt hat, im Vorwege das Ergebnis zu validieren und zu gucken, wo kann denn auch was schiefgehen, auch bei der automatischen Datenverarbeitung, naja, dann gewinnst du halt auch keinen Blumentopf damit. Also das ist wirklich, das ist nicht nur ein, wie funktioniert die Technik, sondern auch, wie kann ich das, den Sachverstand, das fachliche Wissen auf die digital erzeugten Ergebnisse nachher anwenden. Wäre ein bisschen sperrig, aber ich glaube, du weißt, wie es meint. Und das zeigt auch so ein bisschen aus meiner Sicht zumindest das, was passieren wird. Also die klassische Erfassung von Geschäftsverfällen, wo die Buchhalterin oder der Buchhalter entscheidet, bei Unternehmen A wird diese Rechnung auf das Konto 4396, was auch immer, gebucht, und der gleiche Geschäftsverfall im anderen Unternehmen auf ein anderes Konto. Da kann man heute immer schon diskutieren, warum ist das so? Sobald ich unterstelle mal, dass es meistens nicht auswertungsorientiert gedacht ist. Es ist nicht so, wir haben ein Controlling-System oder unsere Planzahlen und wir haben diesen, der Prozess ist über abgestimmt. Nein, in der Regel haben wir so unterliegt was, gar keine Planung. Also das ist Stattiges, aber ich verarbeite die Buchungssätze so, wie sie immer mal waren. Und da ist ein sehr großes Standardisierungspotenzial. Und das ist das, was häufig auch den Mitarbeitern nicht so leicht fällt. Weil man gibt bei der Buchhaltung schon Entscheidungen aus der Hand, wo er eigentlich sagt, ja, aber deine Aufgabe ist es am Ende eigentlich hinten zu gucken. Also entweder wirklich Richtung Controlling zu gehen, Auswertung, zu sagen, was sind die richtigen Entscheidungsgrundlagen, die aus einem Rechnungswesen entstehen. Oder du setzt halt weiter vorne an und sagst, wie kannst du im Unternehmen das Mandanten eigentlich unterstützen, dass die richtigen Informationen, Daten da erhoben werden, wo sie auch das erste Mal entstehen. Damit du diese Datenflüsse gestaltest. Also du hast, glaube ich, schon als jemand, der aus der Buchhaltung kommt, die Möglichkeit, weiter vorne hinzugucken oder weiter hinten. Und in der Mitte hast du immer noch was zu tun, da wo die Daten verarbeitet werden, aber eben nicht mehr so wie früher. Ich wollte gerade sagen, früher fand aber 90 Prozent der Arbeit in der Mitte statt, weil das war halt einfach viel mehr zu tun. Und ja, das ist automatisierter. Was nicht heißt, dass wir alle weniger Arbeit haben. Auch auf das, ich meine, come on, wer arbeitet in der Steuerberatung und beklagt sich ernsthaft über Langeweile für? Das ist so bald, glaube ich, nicht zu erwarten. Das heißt aber, und das sind ja wichtige Blicke, die du ansprichst. Ich meine, dass das vorne in der Kette, also bei Mandaten, das ist ja extrem wichtig, auch um überhaupt die Rechtskonformität des Zahlenwerks sicherzustellen. Und das da, das hinten dran, das sind halt auch Leistungen, auch für Kanzleien, rein strategisch, das sind ja das, wo Beratung eigentlich jetzt anfängt. Ja, aber auch da, wenn man sich mal guckt, wer berät denn da eigentlich? Also klar, in großen Unternehmen, wo du dann ERP-Systeme wie SAP und sowas hast, das ist eine eigene Beraterriegel. Dann hast du die Big-Four-Gesellschaften, die natürlich auch in diesen Bereichen unterwegs sind. Aber in mittelständischen Unternehmen hast du häufig IT-Beratung bei den Unternehmen, IT-Dienstleister, die eigentlich früher noch dabei waren, wie man so salopp sagt, das Blech zu verwalten. Also eigene Server, so und da findet ja auch eine riesen Transformation statt, weil das geht alles in die Cloud oder sollte in die Cloud gehen und die Unternehmen, die da die IT-Beratung machen, die fangen jetzt an, Anwendungsberatung zu machen. Weil jetzt haben wir quasi Cloud-Services und jetzt berate ich da. Geht auch grundsätzlich, aber die kennen die Prozesse nicht. Also die können den Mitarbeitenden ja nicht ... Die Prozesse und das steuerliche Know-how haben sie in der Regel auch nicht so in der Team. Und da entsteht dann das Gap, weil die Mitarbeitenden, die haben nicht gelernt, sogenannte Anforderungen zu formulieren, die nehme ich der IT-Lau rauf, um sie in den System rumzusetzen. Ja. Und da ist eine Lücke. Und gerade bei mittelständischen Unternehmen ist da eine Lücke, weil da gibt es keinen richtigen Beratungsmarkt. Ja. Und eigentlich sind das, und das war damals auch eine Dateverhebung, wie ich wahrgenommen habe, die Erwartung von Unternehmen, weil man dann und an ihren Steuerberater ist es, in diesen Bereichen unterstützt zu werden. Natürlich nur mal leicht. Wer wäre, also rein theoretisch gesehen, ohne mich mit den Details der Realität zu beschäftigen, wer wäre denn eigentlich dafür besser geeignet, als meinen Steuerberater? Weil natürlich, wenn ich mit dem eh schon darüber spreche, dann ist ja hoffentlich auch kompetent genug, mir dabei zu helfen. Genau, deshalb ist das auch total naheliegend, weil gerade im Mittelstand oder in kleineren Mittelstandsunternehmen den Steuerberater haben fast alle. Da gibt es vielleicht auch noch einen Arbeitsrechtler, einen Rechtsanwalt, der da irgendwie immer mal involviert ist, vielleicht auch ein Handels- und Gesellschaftsrechtler. Aber der Unternehmensberater, der dabei ist und die Prozesse macht und dann auch noch IT-basiert und guckt, wie kriege ich das auswertungsorientiert hin und so, das ist im Mittelstand nicht so verbreitet. Ja. Gibt es aber nicht so. Und da entwickelt sich jetzt auch einiges, also in dem Spielfeld sind wir ja jetzt auch unterwegs und wir erweitern sozusagen, wir bieten Steuerkanzleien an gemeinsam bei den Mandanten aufzutreten und zu sagen, wir unterstützen euch da jetzt und wir nehmen ja den Steuerberatern nicht das Mandat weg, weil wir machen selber keine Befaltung. Ich wollte gerade sagen, in dem Sinne ja auch überhaupt nicht, also außer, fangen wir jetzt an, irgendwie selber Buchhaltung und Jahresabschlüsse zu machen. Ganz im Gegenteil, wir würden auch, also wir haben sogar auch bei uns im Ansatz, gerade im Bereich GUBD, die Verfahrensdokumentation in Kanzleien zu befähigen, selber die Dokumentation zu erstellen und das selber auch gar nicht leisten. Also gerade, wenn die Betriebsprüfungen mal scharf schalten und mit jeder Anordnung zur Betriebsprüfung eine Verfahrensdokumentation einfordern und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten zwei, drei Jahren der Standard sein wird, so, dann ist es erstmal, ja, dann Kunde klopft und Dienstleister. Genau, das ist ja der Punkt und das ist ja auch, wenn ich das sage und ich sage das immer mal wieder, darf sich, soll sich bitte keiner auf die Füße getreten fühlen, aber es ist halt auch einfach ein Ressourcen- und Kapazitätsproblem. Ich meine, Kanzleien, gerade was in den letzten Jahren, Corona-Hilfe, Grundsteuer, E-Rechnung, irgendwelche, also nicht Verfahrensdokumentationen, aber Berichtswesen für, ich weiß auch nicht, was man alles noch berichten kann und will und das ist ja jetzt nicht so, dass wir alle auf Haulenaut lagen und gedacht haben, oh ne, das Thema ist langweilig, damit beschäftigen wir uns nicht. Aber es ist halt, wie du sagst, es ist schon ein Thema, was immer mehr an Relevanz gewinnt und genau, man kann jetzt natürlich zum Beispiel bei euch mit euch zusammenarbeiten oder sich befähigen lassen, aber würdest du auch sagen, dass quasi der Fight schon auch, wenn man in-house quasi generell Kompetenz ausbilden möchte, kann man da so Leute hinschicken oder ist das auch eigentlich vielleicht was, was eigentlich jeder beherrschen sollte, die Inhalte? Vielleicht ist nicht alles in der gleichen Tiefe, aber ich höre diese Diskussion, wenn man darüber spricht, wir brauchen Digitalisierungsverantwortlichen, wo ich ganz häufig als Gegenargument immer höre, naja, eigentlich sollen sie alle digital arbeiten und wir sollten das nicht einbindig Schuhe schieben, dass man auch nicht digital genug ist. Läuft man da nicht Gefahr oder muss man jetzt alle Mitarbeiter zum Fight machen? Also, du kannst Digitalisierung nicht outsourcen, auch nicht auf einer Person oder auf einer Stabsstelle. Man kann sie versuchen, in der Koordination zu zentralisieren, du kannst viele lose Enden, die du eh schon hast, zusammenbringen, du sagst, wir brauchen jetzt mal irgendwie koordiniertes Vorgehen, das ja, das ist so ein bisschen das strategisch-konzeptionelle, aber ich glaube schon, dass gerade im Rechnungswesen so ein Vorsystem wie Dataf-Unternehmen Online zum Beispiel, das gehört für jeden Mitarbeiter oder jede Mitarbeitende, die im Dataf-Rechnungswesen arbeitet, zu einem Bestandteil der Systemlatschaft. Du musst wissen, was da drin passiert, weil das ist der Briefkasten im Prinzip, wie die Daten bei dir einschließen und wenn du bei dir am Ende beim Einspiel merkst, hier stimmt was nicht, dann musst du in die Quelle gehen, wo kommst du denn her? Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jeder in der Kanzlei wissen muss, wie sind die Vorsysteme, die ERP-Prozesse und sowas. Das ist auch eine ganz andere Art. Kremis-Software und was nicht. Das ist auch eine andere Art des Arbeitens, muss man sagen. Das ist richtig Prozessberatung, da hast du Projekte, die du vorgehst. Und in Kanzleien wird in der Regel nicht projektbasiert gearbeitet, ist, weil es sei denn, du bist in der echten Beratung oder vor allem in der Gestaltung. Ja, vor allen Dingen für die laufende Tätigkeit. Bei Jahresabschlüssen habe ich manchmal schon das Gefühl, das kann man schon so ähnlich strukturieren, aber die laufende Buchhaltung ist halt einfach jeden Monat. Genau, das kann man schon strukturieren, aber ich habe zum Beispiel in dem Teil deshalb auch, ich habe jetzt in meinem Teil des Buches nicht jeden einzelnen Klopf beschrieben, sondern ich habe eher gesagt, was ist eigentlich für eine Kanzlei, welche Relevanz hat eine echte Digitalisierungsstrategie. Ja. Und da gibt es so einen Ansatz, das sind die konzentrischen Kreise, eine Kanzlei sollte sich von innen nach außen digitalisieren und nicht nur anfangen, dir man dann was zu erzählen, wenn ich aber selber noch meine Eingangsrechnungsverarbeitung auf Papier mache. Das ist nicht authentisch. Wir sind hier auch in einem Vertrauensgeschäft. Also du bist der Trusted Advisor und da musst du schon ungefähr wissen, worum es geht. Und das ist, glaube ich, schon so die Lücke, weil da fühlen sich einfach viele, auch viele Steuerberater und Steuerberater noch nicht wohl drin, weil sie sich damit noch nicht so auskennen. Und ich glaube schon, dass der Fight insgesamt einfach, das ist meine Zusammenfassung der Themenfelder, die eine Rolle spielen. Ein Fight-Mitarbeiter, der sollte, glaube ich, von allen sich ein bisschen auskennen. So, man muss, nicht jeder muss jetzt irgendwie ein Datenschutz-Experte werden, aber du musst eine Sensibilisierung für die Themen brauchen. Ja. Und dann gibt es eben die Punkte, wo der größte, auch der größte Business-Bedarf ist. Wo man dann noch als Kanzlei sich sagt, okay, ihr kann ja auch Geld mitverdienen. Und da sollte man dann die Kompetenzen aufbauen. Ja. Ich meine, es gibt so viele, den Studiengang Digitalisierung im Steuerrecht als solches, der dir das einmal so komplett durchexerziert, wird es wahrscheinlich jetzt geben oder entwickelt sich auch. Aber für Mitarbeitende, die halt diese klassische Ausbildungsweg gehen und einmal komprimiert in dieses Thema rein wollen, ist das, glaube ich, wirklich ein guter Ansatz. Also bin ich immer der große Befürworter. Ich bin gelernter Steuerfachangestellter. Ich habe später irgendwann nochmal studiert, aber ich bin ein riesengroßer Fan davon gewesen, das in der Praxis zu lernen. Und das ist der große Unterschied, weil ich habe auch, als ich später in der Uni auch so diese ganze Wirtschaftsinformatik-Module und so, das ist ja auch sehr abstrakt, um es mal so zu sagen. Da war die Transferleistung in mein echtes Berufsleben schon ein bisschen schwieriger als alles andere, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Das ist ehrlicherweise, das ist von mir persönlich die Anforderung von Veit, dass es auch ein bisschen Dichter an der Umsetzung ist und ich da jetzt keine, da muss ich ja keine wissenschaftliche Arbeit für schreiben, wie so eine Digitalisierungsstrategie aussehen kann, sondern die muss vor allen Dingen in der Praxis funktionieren. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie nachher auch die Prüfung verlaufen. Also das, was wir schon gehört haben, ach, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Kompetenzen aufbauen. Ja. Und die Kompetenz, die man braucht, um so ein richtiges Beratungsprojekt durchzuführen, kriegt man nur in der Praxis. Ja. Und du brauchst ein Nachschlagewerk, sei es jetzt ein Buch, sei es ein Online-Portal, sei es ein Chat-GPT, wie auch immer, aber auch da musst du ja wissen, beim Comp-Engineering, was frage ich denn jetzt eigentlich? Und diese Kompetenz muss man aufbauen so. Und da, glaube ich, geht tatsächlich auch für eine Konzlei, die ein Zukunftsbild verfolgt, kein Weg dran vorbei, die Digitalkompetenz in Finanz- und Rechnungswesen auszuweifen. Und mir ist bis jetzt keine Alternative bekannt tatsächlich, wo man sagt, da ist es mal ein Angebot, wo du nachher dir sogar auch irgendwie ein Zertifikat noch mit die E-Mails in der Spur packen kannst. Generell, also ich glaube, es gibt immer mal wieder Bestrebungen, die gibt es ganz so gefühlt, seitdem ich im Beruf bin, also seit knapp 15 Jahren irgendwie, gibt es immer mal wieder Bestrebungen von Vereinzelnen zu sagen, ah, wir müssen da irgendwie eine Fortbildung bauen oder wir müssen irgendwas. Aber es gibt nicht dieses, wie du sagst, so dieses standardisierte und einheitliche und auch tatsächlich für Kanzleien, wenn man sagt, man sucht jemanden mit bestimmten Kompetenzen, wonach halte ich den Ausdruck? Also was schreibe ich denn in meine Jobausschreibung raus, was für eine Qualifikation ich gerne von Bewerbern sehen will? Und das ist halt der große Vorteil von so einem standardisierten Zeugnis, was man dann erhält anschließend. Ja. Wir sind jetzt mit Blick auf die Zeit. Ich kann noch lange weiterreden. Es gibt noch eine Abschlussfrage, die ich hätte. Du hast viel gesehen in deinem Leben und viel Systeme und so weiter. Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, ach, das hätten wir analog besser hinbekommen als mit Digitalisierung? Also wenn es ein, also jetzt in dem Bereich, wenn es ein optimierter, wirklich guter Prozess ist, dann glaube ich nicht. Wo ich immer sagen würde, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, also um Austausch und Informationsvermittlung geht, da ist es glaube ich schon wichtig, so zwischen diesem Thema Synchrone und Asynchrone Kommunikation zu unterscheiden, weil da hast du immer, du musst immer gucken, wie sensibel ist das, was ich dir vermitteln möchte. Ja. Also wenn du so, wenn du so in der Eingangsrechnungsverarbeitung so Prüfungen hast, und da wird zum Teil manchmal auch dann kommentiert und wo man sagt, so muss das, so sollte das eigentlich nicht laufen. Da würde ich immer schon sagen, hätte man einfacher, wenn man an einem Tisch sitzt oder an einem Tee-Nabend sitzt, hätte man einfach lösen können, als 26 Kommentare hin und her zu schreiben. Ganz genau. Also das sind glaube ich schon so Themen, aber also ich muss sagen, ich bin da schon natürlich auch ein Überzeugungstäter. Also ich verfolge aber auch nicht den Ansatz, dass alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiert werden muss. Also ich glaube, mit einem Unternehmen muss sich auch immer auch die Freiheit nehmen können, um zu sagen, wir wollen es vielleicht auch an entwickelten Strukturen festhalten, weil wir denen einen Wert beimessen, der vielleicht auch eine Auswirkung auf die Unternehmenskultur hat. Das ist legitim, ob man sich das leisten kann aus Wirtschaftlichkeitsaspekten, weil ich Effizienzpotenziale sozusagen nicht realisiere. Das ist dann eine kaufmännische Betrachtung, die muss dann ein Unternehmer treffen oder ein Unternehmer treffen. kann ich zumindest nachvollziehen. Also gerade so die Punkte, ich glaube, beim Bereich Digitalisierung geht es nicht nur darum, etwas Uneffizientes jetzt digital uneffizient zu lösen, sondern man hat die Chance, wie du es auch schon durchaus gesagt hast, man hat ja die Möglichkeit, wirklich auch Prozesse zu transformieren und neu zu gestalten. Ich glaube, das ist halt wichtig, wenn man das nicht macht, dann aber wenn die Alten ein bisschen dazu wird. Aber das ist immer so ein Argument, was man hört. Es funktioniert doch alles so. Was soll ich denn daran ändern? Aber die Frage ist ja, wir müssen auch morgen ja nicht die Probleme von gestern lösen. Das ist immer so ein Punkt, den ich darauf gerne antworte, wo ich sage, es ist ja schön, dass es bis heute soweit funktioniert hat. Die Frage ist ja, glaubst du, dass man die Herausforderung in den nächsten drei, vier, fünf Jahre auch noch damit lösen kann mit der Art und Weise? Und das ist zum Beispiel eine legitime Frage, glaube ich. Und vielleicht abschließend jetzt deine Frage, also so kann man sie eigentlich ganz gut beantworten. Also wenn ich sehe, dass ein analoger Prozess eins zu eins digital umgesetzt sein sollte, dann führt es häufig dazu, dass es kein guter digitaler Prozess ist. Ja. Dann muss man sagen, den kannst du analog besser lösen. Gut, vielen, vielen Dank dir. Ich hätte noch tausend Fragen gehabt, die stelle ich dir dann irgendwann privat oder wir machen irgendwann noch eine zweite Folge, wenn wir so auch tiefer Ergebnisse, ich würde sagen, wenn der Veit ein bisschen in der Praxis auch angekommen ist und sich Street Credibility aufbauen gebaut hat schon, dann können wir gerne nochmal sprechen. Danke mich bei dir für deine Zeit. Sehr gerne, vielen Dank. Danke auch an euch, liebe Hörer, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.